jo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal heute zeige ich euch wie ihr kurzvideos machen könnt also so schaut wie wir sie machen aber zuerst will ich euch sagen dass von tim bis morgen abend keine videos mehr kommen er hat eine nerfpatrone ins auge bekommen zum glück ist er nicht blind geworden sondern sein auge ist einfach nur blau geworden deshalb bis morgen abend von tim keine videos mehr okay er tut mir auch ziemlich leid aber jetzt zeige ich euch wie ihr kurzvideos erstellen können also ich bin hier einfach nur auf unserem kanal damit ja wie soll ich sagen ja okay neben mir steht gerade tim möchtest du mal hallo sagen hallo oder dem tim geht es gerade nicht okay jetzt sage ich euch wie ihr kurzvideos also hier so shorts erstellen können also ihr zurück unten auf das plus hier dann drückt ihr auf kurz video erstellen danach also danach im seite jetzt hier ich drehe mal die kamera schnell um jetzt könnte ich hier aufnehmen okay falls ihr wollt dass ne musik vorkommt drückt ihr hier oben auf ton hinzufügen jetzt könnt ihr hier eine musik aussehen also ich würde diese hier drückt auf den pfeil okay jetzt steht da oben der musik jetzt steht da oben der musik ihr müsst einfach nur auf den roten kreis drücken und schon beginnt das video und gleich werdet ihr mich wahrscheinlich wegen der musik nicht hören also ihr seht jetzt was ich halten für ein video macht ich mache halt keine bewegungen ihr dürft mich jetzt von mir aus mal in meinem spiegel sehen hier hier bin ich mit dem handy okay also ihr werdet mich gleich nicht mehr hören also ja ich beginne jetzt mal das video also ich mache keine tanz bewegungen okay das war jetzt mal komisch wir öffnen es erneut und machen das ganze noch mal was ist da los okay hier wie gesagt ihr wisst ja schon hier kurz wieder stellen ton hinzufügen ich nehme jetzt hier meine lieblings musik da okay jetzt könnt ihr das video eigentlich schon beginnen ihr könnt auch hier also da könnt ihr halt einstellen wann das video beginnt ja okay beginnt das video jetzt dann in 3 2 1 go den rest erzähle ich euch einfach weil anscheinend hängt es wenn ich im video das mache okay wenn ihr das video gemacht habt das beendet sich nach einer kurzen zeit von selber und hier wenn ihr fertig seid dann drückt unten also wenn das video beendet wird oder ihr unten auf das rote viereck drückt dann ja dann beendet sich halt das video dann kommt nochmal das video da einfach wenn ihr damit zufrieden seid könnt ihr auf den haken drücken wenn nicht dann drückt ihr oben oben links auf dem pfeil in der ecke also ihr drückt auf den haken wenn ihr zufrieden damit seid dann könnt ihr es auf eurem kanal hochladen ok und ja dann könnt ihr da halt das video benennen ob es öffentlich privat oder nicht gelistet sein soll ob es ob es für kinder oder nicht sein soll wenn ihr nicht speziell für kinder macht dann sind die kommentare aktiviert ja dann habt ihr halt ein short auf eurem kanal das war nun die erklärung wie das ganze funktioniert ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein like da abonniert unseren kanal falls ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst dann verabschiede ich mich tschüss falls ihr habe noch nicht gesehen und wenn ihr eigentlich schon seid bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal